Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu The First Descendant. Heute ein kleines, ich will nicht sagen Endfazit, dafür spiele ich noch zu wenig, aber ein Zwischenfazit, jetzt nach 22 Stunden ungefähr. Ich möchte ein bisschen auf die Kritik eingehen, ob das Spiel die Kritik verdient hat, ein bisschen auf meine positiven Aspekte, die ich positiv finde, und auf ein paar Sachen, die ich nicht so gut finde im Spiel. Und natürlich auch die Frage, die ein bisschen albern ist, lohnt sich The First Descendant, weil das Spiel ja umsonst ist, es ist Free-to-Play, nur auf der Playstation Paracent für die Altersverifizierung. Deswegen fällt die Frage direkt mal ein bisschen flach, ob sich das Spiel lohnt oder nicht. Kann jeder von euch da draußen selber, der 30 bis 60 GB Platz auf seiner Festplatte hat, selbst herausfinden? Deswegen Leute, es gibt gar keine Widerrede, wenn euch das Thema The First Descendant, Looter, Shooter, Third Person Modus, anspricht, dann gebt dem Spiel einen Try. Es kann nicht schaden und es tut euch auch nicht weh. So, das Erste, was ich ansprechen möchte, ist so ein bisschen die allergrößte Kritik, die so im Raum steht, und das ist der Shop. Das ist mir persönlich auch sehr wichtig, weil ich auch kein Fan bin von Pay2Win und solchen Shops. In Anführungsstrichen, es gibt schon ein paar Dinge, die ich ganz gut finde zu kaufen, gerade solche Abkürzungen. Aber um allen mal ein bisschen den Wind aus den Segel zu nehmen und auch die Angst zu nehmen, niemand mit einer dicken Brieftasche wird jetzt hier der extremste E-Sportler oder der meisten Spaß haben oder am schnellsten progressen oder sowas. Das, was ihr euch mit dem Geld kaufen könnt, sind quasi Abkürzungen und nichts weiter. Ihr könnt alles, wirklich alles, ich glaube, das Einzige, was ihr nicht freispielen könnt, ist die Cosmetics. Aber ansonsten alle Charakter, alle Waffen, alles Mögliche, was es hier im Spiel gibt, könnt ihr alles komplett Free-to-Play freispielen und das habe ich selber auch schon gemacht und es ist wirklich nicht so schwer. Es ist schon ein bisschen schwer, ein bisschen kompliziert erklärt, aber rein grundsätzlich könnt ihr alles selber hier bekommen. Natürlich, umso beliebter etwas ist, umso schwieriger es zu kriegen, zum Beispiel diese Ultimate-Charakter, also es gibt normale Charakter und dann nochmal eine verbesserte Version. Und diese verbesserte Version, die kriegt ihr nicht in den ersten 10 Spielstunden, die kriegt ihr nach 100, 200 Stunden vielleicht, wenn ihr das Spiel schon komplett durchgespielt habt, auf einem schweren Modus seid, maximales Level seid und so weiter. Also ihr könnt natürlich für 80 Euro direkt am Anfang euch diesen Ultimate-Charakter kaufen, macht das nicht, bloß nicht, aber ihr könnt den auch ganz easy, nicht easy, aber mit Grinding später selber freispielen. Das wollte ich auf jeden Fall einmal aus der Welt schaffen. Der Shop ist Pay-to-Progress und nicht Pay-to-Win. Davon abgesehen gibt es sowieso kein PvP hier im Spiel. Das bedeutet, eigentlich ist für euer Spielerlebnis der Shop total egal. Für alle da draußen wie mich, die gerne mal einen Skin kaufen oder gerne mal die Abkürzung nehmen oder gerade nicht so 10 Stunden Zeit haben, um auf irgendein Item zu grinden, für die ist der Shop, glaube ich, ganz gut. Sehr überteuert, aber gut. Es spart einem natürlich sehr viel Zeit, Zeit, gerade für die Leute, die halt nicht so viel Zeit haben. Da gibt es halt den ein oder anderen Familienvater, den ein oder anderen viel arbeitenden Menschen da draußen, der vielleicht nur am Wochenende spielt. Das geht hier auf jeden Fall klar. So, haben wir den Shop einmal abgefrühstückt. Jetzt würde ich sagen, fangen wir erstmal mit den positiven Sachen an, bevor wir dann auf die negativen Punkte kommen, die es hier durchaus gibt. Sehr, sehr positiv finde ich, dass man vom Start weg sehr viele unterschiedliche Charakter hat. Also man hat vom Start weg, ich habe jetzt nicht durchgezählt, aber so um die 20 unterschiedlichen Charakter und jeder Charakter spielt sich auch komplett anders. Also natürlich habt ihr eure Schusswaffe, das ist klar, da ändert sich nicht viel. Das könnt ihr mit jedem Charakter gleich spielen, eure Waffen. Aber jeder Charakter hat solche Fertigkeiten und je nachdem, was ihr Charakter für Fertigkeiten habt, ist er stärker gegen bestimmte Bosse, schwächer gegen bestimmte Bosse, spielt sich anders, ist schneller, ist langsamer, mehr tanky, teilt mehr aus. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also jeder Charakter fühlt sich komplett anders an. Jetzt in meinem Beispiel gibt es hier diese Bunny, den kriegt man relativ früh im Spiel. Und das ist ein Charakter, der sehr oft Movements setzt. Das heißt, sie sind übel schnell, aber dafür auch relativ anfällig für Schaden. Aber halt sehr, sehr schnell und Elektroschaden. Dann habe ich hier zum Beispiel Glay. Die hat zum Beispiel kein Schild, so wie jeder andere Charakter eigentlich ein Schild hat. Ihr habt also eure Lebensanzeige und über die Lebensanzeige ist ein Schild. Und erst wird der Schild weggeballert, der lädt sich auch wieder selber auf und dann euer Leben. Das ist bei Glay gar nicht. Glay ist so ein bisschen Vampir und hat nur Leben, also gar kein Schild. Und kann Gegner durch das Einsetzen ihres eigenes Lebens sehr, sehr krass hitten. Und dann haben wir noch Viesa, das ist einer dieser Startcharakter, den habt ihr auch im letzten Video von mir gesehen, die halt, wie ihr es schon seht, Eisfertigkeit macht. Und so habt ihr ganz viele unterschiedliche Charakter hier vom Start weg, die ihr alle freispielen könnt, komplett kostenlos und auch relativ früh. Ich bin jetzt 20 Stunden drin und ich bin schon dabei, jetzt den nächsten Charakter freizuspielen. Und was ich auch sehr cool finde, auch wenn ich überhaupt gar kein Fan von der Story bin und auch alles übersprungen habe, die Missionen, die ihr hier habt, die bringen euch quasi immer zum nächsten Charakter. Das heißt, ganz am Anfang hattet ihr eine Mission hier für Bunny, da habt ihr Bunny freigeschaltet. Jetzt habe ich eine Mission hier für Freyna, das ist auch ein Nahfahrer, ein Held. Und wenn ich die abschließe, dann habe ich Freyna. Also das Spiel nimmt euch auch sehr doll an die Hand, um euch dann zu helfen, neue Charakter freizuspielen. Das bedeutet, man bleibt auch wirklich immer in diesem Zyklus, in diesem Modus, ey, ich kriege was Neues, ich habe einen neuen Charakter, den kann ich wieder neu spielen. Ist also sehr erfrischend und das nicht nach 20 Stunden sehr eintönig ist. Was ich auch extrem cool finde, ist der Progress. Und ich glaube, ich habe es versucht, ein bisschen meiner Freundin zu erklären, wenn ihr hier etwas tut, egal was es ist, dann habt ihr, nachdem ihr das gemacht habt, immer, wirklich immer das Gefühl, ihr habt gerade Progress gemacht. Ihr seid stärker geworden, ihr seid gelevelt, ihr habt irgendwas gefunden, ihr habt Materialien bekommen, die wichtig sind, ihr habt immer, 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 immer die Karotte vor den Augen und werdet stärker, reicher, ihr habt immer Progress. Und das gibt es in anderen Spielen, teils auch, aber auch teils nicht. Vielleicht eine kleine Anekdote für alle, die Diablo mitbekommen haben. Im PTR gibt es einen neuen Modus, diesen Höllenmodus. Und da habe ich zwei Stunden drin verbracht, ohne überhaupt irgendwas zu bekommen. Das gibt es hier gar nicht. Selbst wenn ihr hier eine Mission verliert, bekommt ihr die Erfahrung, Gold und die Materialien, die ihr bekommen habt und nichts davon ist weg. Also eigentlich gibt es hier immer, immer, immer was zu tun und auch immer dieses Glücksgefühl, dass ihr stärker geworden seid oder irgendwas Neues gefunden habt. Was ich auch extrem cool finde, wo ich erstmal Bedenken hatte, ist, dass wenn ihr auf die Welt geht und irgendwo hinreist, wo ihr gerade was zu tun habt, ihr immer, 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 immer mindestens einen, aber maximal drei Leute dabei habt, die euch helfen, die mit dabei sind, die gleiche Missionen machen wie ihr, im gleichen Gebiet sind wie ihr und ihr seid nie, nie, nie alleine. Das kann natürlich auch ein Nachteil sein, aber bislang zu 90% war es bei mir der Fall, dass ich mich darüber gefreut habe, dass andere Leute dabei waren, die mir geholfen haben, die einfach so ein bisschen Rückendeckung war. Das war immer sehr cool. Auch wenn ich mal alleine gespielt habe, waren immer Leute mit dabei, die das gleiche Ziel hatten wie ich, leveln und looten, looten und shooten und ja, da ist man sehr doll auf einer Wellenlinie. Es gibt natürlich auch die Fälle, wo man in der Mission ist, man ist gestorben, ist down und dann kommt keiner dieser NPCs zu einem und rettet einen. Den Fall gibt es natürlich auch. Dafür ist es aber auch sehr großzügig mit den Wiederbelebungen. Also ihr habt in der Mission teilweise oder grundsätzlich acht Wiederbelebungen frei. Das bedeutet, selbst wenn ihr mal sterbt, weil ihr nicht aufpasst oder irgendeinen Hit abbekommen habt, könnt ihr euch auch selber wieder respawnen und ihr seid an der gleichen Stelle, habt kein Penalty, verliert kein Leben, kein Geld, kein Gold, kein gar nichts. Könnt euch einfach wiederbeleben und könnt sofort wieder weiter mitschießen. Es ist natürlich ein bisschen fürs eigene Seelenwohl befriedigender, wenn jemand einen rettet, aber auch wenn ihr euch einfach selber wieder hochholt und dadurch eine Wiederbelebung weniger ist, ist das gar kein Problem. Ihr könnt sofort weiterspielen und ist auf jeden Fall eine sehr coole MMO-Erfahrung, wie ich finde. Auch wenn es kein MMO ist, aber dieser Multiplayer-Aspekt ist schon sehr cool. Im letzten Video hatte ich schon mal ein bisschen davon erzählt, das ganze Gunplay, die Musik, der Look, fühlt sich alles extrem gut an. Wo ich im letzten Video noch ein bisschen Angst hatte, dass sich die Welten zugleich anfühlen, kann ich euch beruhigen, wollte ich schon fast sagen. Es gibt sehr, sehr unterschiedliche Gebiete. Also am Anfang dieses Mechanische, was ich nicht so cool fand, dann gibt es hier einen Sumpf, dann gibt es eine Wüste, dann gibt es, da war ich noch nicht, aber dann gibt es so Berge, es gibt einen Wald, also so Grasland. Also da gibt es sehr viele verschiedene Sachen. Hier ist es zum Beispiel irgendwie Festung und Hagios. Ich weiß nicht, was das bedeutet, weil ich da noch nicht bin. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr unterschiedlich. Allgemein, um den positiven Aspekt mal abzuschließen, bin ich overall sehr positiv gestimmt gegenüber The First Descendant. Ich habe wenig daran auszusetzen und es fühlt sich einfach gut an. Es ist sehr satisfying. Man hat eigentlich nie Lust irgendwie aufzuhören und will immer noch eine Mission machen, immer noch weiter, nochmal einen Boss, nochmal grinden. Also ist an sich sehr, sehr positiv. Allerdings gibt es auch ein paar Dinge, die ich nicht so gut finde. Allen voran hier den Hub, dieser Hubworld, die wir hier haben, finde ich A, überhaupt nicht ansprechend, nicht schön, nicht spannend und auch die einzelnen Bereiche, wo man Dinge tun muss, sind sehr weit auseinander. Wir haben also eine Werkbank, wir haben ein Labor, wir haben ein Forschungszentrum, dann haben wir wieder was zum Leveln und das ist alles sehr weit auseinander und es ist sehr nervig, wenn man mal einen neuen Charakter hochleveln will oder wenn man mal was erforschen will, ist es sehr viel hin und her laufen und kostet sehr viel Zeit. Natürlich könnte man sagen, ey, das hat man extra gemacht, damit die Leute länger im Spiel bleiben. Das kann natürlich ein Grund sein. Allgemein glaube ich, dass man sich zu sehr auf diese Hubworld hier festgelegt hat und ich finde, ich würde es cooler finden, wenn es einen Distrikt gäbe, wo dann wirklich alle Leute nebeneinander wären oder wenn es eine Werkbank gäbe, wo man alles auf einmal machen kann. Hier muss man wirklich sehr auch von einem Ort zum nächsten Ort laufen. Eine Sache, die glaube ich, die meisten Leute stört und das kann ich absolut nachvollziehen, ist dieses ständig sich wiederholende Missionsbild, weil ihr habt zwar hier unterschiedliche Welten und das ist auch schön, dass man unterschiedliche gestaltete Welten hat, aber in jeder Welt habt ihr solche Teilabschnitte, ein Abschnitt, noch ein Abschnitt, noch ein Abschnitt, noch ein Abschnitt und jeder Abschnitt fühlt sich komplett gleich an. Ihr habt diese lilanen, pinken Missionsaufgaben, eure Hauptmission und die müsst ihr in jedem Gebiet abschließen und es ist immer das Gleiche. Bringe ein paar Gegner um, nehm irgendwas ein, verteidige irgendwas, es ist immer das Gleiche und man läuft eigentlich immer nur wie ein, weiß ich nicht, man läuft einfach jedes Mal diese Route, es schließt die ganzen Missionen ab und es fühlt sich alles gleich an und nach ein paar Stunden ist es wirklich langweilig, das muss man wirklich schon so sagen, auch wenn die Welt schön ist und was cool ist mit anderen Leuten zusammen, diese reinen Missionen in diesen Gebieten sind sehr langweilig, das muss ich einfach so sagen und das macht aber sehr viel Zeit des Spiels aus, diese Missionen zu machen. Ich habe oder ich denke, dass gerade wenn man alle Missionen, alle Missionen, wenn man alle Gebiete abgeschlossen hat und alle Missionen abgeschlossen hat und man dann in den Grind geht, die Charakter freizuspielen, die Waffen hochzuleveln und und und, dass es dann egal ist mit den Missionen und dass man dann diese Missionen immer wieder nur nutzt, um dort die enthaltenen Materialien zu bekommen. Weil wenn ihr hier drauf geht, das ist zum Beispiel eine Mission, dann seht ihr hier schon, ey, das könnt ihr bekommen. Dann seht ihr hier zum Beispiel zu 50% ein Brandverschmelzungsreaktor und ich denke, da geht es dann später eher darum, dass man diese ganze Missionen mal gemacht hat, um die später nochmal machen zu können, um dann in den Grind reinzugehen. Darüber hinaus gibt es aber noch ganz vieles anderes zu tun. Also es gibt Türme, die nur mit bestimmten Attributen besiegt werden können. Es gibt nochmal auf der Overworld besondere Events, die man nur alle 5 Minuten machen kann. Besondere Events, die ihr nur mit besonderen, so wie hier, Materialien machen könnt. Also abgesehen von diesen Hauptmissionen, die ihr in der Hauptmission, in dieser Storyline abschließen müsst, gibt es schon eine Menge zu tun und dann wird es auch spannender, als wirklich stumpf diese Missionen immer wieder zu machen. Und dann gibt es hier diese, ja, ich nenne sie immer Weltbosse, aber im Prinzip sind es nach einem Storyabschnitt, müsst ihr einen dieser Bosse besiegen, um dann in den nächsten Storyabschnitt reinzukommen. Und nach dem ersten, zweiten und dritten dachte ich mir, boah, super, das macht übel viel Spaß, diese Endbosse zu machen. Und ab dem vierten, wurde es aber mal so unfassbar schwer, nicht unfair schwer, aber schon so schwer, dass du Leute brauchst, die gut sind und du deinen Charakter drauf einstellen musst, was der Boss hier für, für Schwächen hat. Und da seht ihr hier, Attribut Widerstand und dann seht ihr, dass der eine Schwäche hat gegen Feuer. Das heißt, ihr müsst euren Charakter so einstellen, dass ihr Feuerschaden macht, um diesen Boss überhaupt schaffen zu können. Wenn ihr aber jetzt alleine mit drei anderen Leuten gegen den Boss kämpft und die anderen drei Leute kämpfen mit Gift, dann könnt ihr es vergessen, diesen Boss zu schaffen. Und gerade jetzt bei dem vierten und bei dem fünften Boss, muss ich sagen, war das schon sehr schwierig und ich habe die auch nicht beim ersten Mal geschafft. Und das mit der Community teilweise zusammen, die ja jetzt nicht irgendwelche Vollnups sind, sondern eigentlich eher so die Profis. Also ich weiß nicht, wie es in der Zukunft ist bei den nächsten Bossen, habe aber da schon gehört, dass sie sehr schwierig sind. Gerade ab dem vierten Boss wird es schon so knackig, dass man a sein Bild selber drauf anpassen muss und b sehr viel Frust hat, weil da ist es wirklich so, dass ihr zehn Minuten spielt und eventuell nach zehn Minuten mit leeren Händen dasteht. Was ich also eben noch als positiv gesagt habe, ist hier leider negativ, weil ich hier schon, ja, es ist nicht immer so, also gerade wenn ihr die hinteren nochmal macht, die haut ihr so weg, aber den, den ihr jetzt gerade machen müsst in der Story, der ist wirklich tough. Und ich muss sagen, davon abgesehen, habe ich keine großen Themen, die mich stören. Klar sind ein paar, ähm, ein paar Menüs noch etwas hackelig und für mich ein wenig schwer zu begreifen, gerade mit der Konsolensteuerung, ist es schon schwierig hier, ähm, genau immer überall hinzugehen, zack und zack und zack und noch ein Menü und wenn ich dann hier in der, in der Karte bin, komme ich nicht sofort zurück und man kann da, also es ist so, wahrscheinlich eher so auf PC ausgelegt, das ist alles so ein bisschen hackelig, es gibt auch nochmal hier und da Bugs, so wie ich ihn jetzt gerade habe, ich kann nicht abbrechen, das passiert schon mal, ähm, aber ansonsten habe ich eigentlich keine großen Themen, die mich hier nach den ersten 20 Stunden stören. Ich muss einfach sagen, dass es unfassbar geil Grindy ist, weil ich jeden Tag jetzt was Neues entdeckt habe, wie man stärker wird, am Anfang war es das Leveln von Modulen, dann der Meisterschaftsrang, das Leveln von deinen, ähm, von deiner Kapazität und, und, und. So lerne ich jeden Tag hier was Neues dazu und muss echt sagen, dass sich das alles sehr, sehr gut anfühlt und wir dürfen nicht vergessen, das Ganze ist Free-to-Play und natürlich darauf ausgelegt, in den nächsten Monaten, Wochen und Monaten, noch weiter ausgebaut zu werden. Wir sind hier also ganz, ganz, ganz am Anfang mit dabei und da muss ich sagen, ist das hier ein sehr, sehr gutes Spiel, vor allen Dingen im Hinblick auf andere Spiele, die ich so in der letzten Zeit gespielt habe, wenn ich sowas wie Skyline Bones zum Beispiel nennen würde, das Game hat 80 Euro gekostet und hat kein Endgame, ist sehr verbuggt, fühlt sich nicht schön an, also da muss ich sagen, ist das hier ein Free-to-Play-Game, was richtig, richtig gut aussieht, aber sich auch sehr gut spielt. Sollte sich meine Meinung dazu in den nächsten 20, 30, 40, 50 Stunden nochmal drastisch ändern, dann würde ich nochmal ein Update-Video machen, aber das war mein erster Zwischenzeit, Phase 2, First Descendant, würde ich es euch empfehlen, auf jeden Fall für alle möglichen Leute, für die Vielspieler, für die Grinder, für die Leute mit der dicken Brieftasche, für die Leute, die nur abends spielen können, für die Leute, die nur eine Stunde in der Woche spielen können, es ist ein super Game, man vergisst hier die Zeit und es macht unfassbar viel Spaß, wenn man über diese einzelnen Nachteile hinwegsehen kann, dass Missionen sich immer wieder wiederholen, dass man schon viel grinden muss und Teile des Spiels auch relativ schwierig sind, würde ich sagen, kann man das Game wirklich jedem empfehlen. Ich würde mich natürlich wie immer beim Follow-up-the-Kanal freuen, sehr über ein Like auf dem Video und sage bis zum nächsten Mal Leute, haut rein! Amen!